Ja, liebe Radlerinnen und liebe Radler, liebe Gottenheimerinnen, liebe Gottenheimer, ab dem 7. Juni steht Stadtradeln an und ich mache mich gerade auf den Weg nach Umkirch zu einem Termin und bei dem Wetter heute nutze ich natürlich auch das Fahrrad. Umkirch ist nahe und ich kann euch nur darum bitten und euch auffordern, alle beim Stadtradeln mitzumachen. Bitte unterstützt uns, unterstützt Gottenheim, dass wir sehr, sehr viele Kilometer zusammenbringen und dass wir beweisen, dass wir in Gottenheim aktiv sind. Es geht nicht nur darum, Kilometer zu sammeln, es geht darum, gemeinsam etwas zu unternehmen, gemeinsam zu radeln, gemeinsam Spaß zu haben nach diesen harten Zeiten der Corona-Pandemie. Eine tolle Sache, macht mit, schließt euch zusammen, bildet Teams, meldet euch an bei stadtradeln.de slash Gottenheim und ab dem 7. geht's aufs Fahrrad, auf los geht's los, wir radeln alle zusammen, macht's gut, bleibt gesund und ich freue mich auf viele Kilometer mit euch. Tschüss, euer Burgi. Ciao.